Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht's los mit den, oder heute machen wir die Ternären Leitungscodes. Wir machen sie tatsächlich alle in diesem Video, keine Sorge, nicht noch eins damit. Und ja, was sind Ternäre Leitungscodes? Ihr seht hier schon, ich habe jetzt nicht mehr nur zwei Werte, sondern auch einen dritten, nämlich minus eins. Minus eins ist sehr, sehr praktisch, damit könnte ich theoretisch noch ein paar Bits mehr kodieren in weniger Stoff sozusagen. Das heißt, ich könnte hier auf meine Leitung in, ja, ich könnte einfach mehr Bits auf meine Leitung kodieren, sozusagen immer zwei Bits auf einmal sozusagen, fast schon, aber das macht man nicht. Man hat gesagt, man möchte hier lieber zuerst mal die ganzen Eigenschaften von unseren Codes verbessern, sprich Taktrückgewinnung, Bordrate, all das soll optimiert werden. Und dann sehen wir weiter, dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Wir werden anfangen mit dem Return to Zero, das ist sozusagen der leichteste Ternäre Leitungscode, damit wir so ein bisschen reinkommen. Und danach schauen wir uns den Army Code an, also A-M-I, nicht Ami, sondern A-M-I. Und der wurde zum Beispiel bei ISDN eingesetzt. Das ist alt, ja, ich weiß, aber es gibt viele Verfahren, die auf dem Army Code basieren. Und deswegen werden wir uns den mal genauer angucken. So, fangen wir an mit dem Return to Zero, endlich mal, ne? Wir hatten die ganze Zeit Non-Return to Zero, Non-Return to Zero Inverted. Jetzt endlich mal der Return to Zero. Der ist tatsächlich, wie gesagt, der nutzt alle drei Werte hier aus. Und was wir machen, ist folgendes. Wenn wir eine 1, äh, wenn wir eine 0 haben, wir fangen mit der 0 an, dann ist die erste Hälfte unseres Taktes ist minus 1, also hier. Und die zweite Hälfte unseres Taktes ist immer 0. Das heißt, ich bin auf jeden Fall hier. So, und wir sehen hier schon, warum das Ding Return to Zero heißt. Die zweite Hälfte meines Taktes ist immer, immer, immer 0. Das heißt, ich kann das hier eigentlich schon überall so hinpacken, dass immer meine zweite Hälfte 0 wird. Also, sozusagen als kleine Vereinfachung, denn es kann niemals anders sein. Der Taktwechsel findet wieder mal genau in der Mitte statt, also immer hier. Und daran lesen wir sozusagen den Wert ab. Wenn er von minus 1 auf 0 geht, dann ist es ein, äh, eine 0. Wenn er von plus 1 auf 0 geht, also so, dann ist es eine 1. Und jetzt sehen wir schon wieder, was das Problem dabei ist. Ähm, ja, das war echt nicht hübsch. Ähm, so. Wir brauchen hier wieder mal diesen Hilfswechsel. Und wir brauchen tatsächlich jetzt jedes Mal einen Hilfswechsel. Jedes Mal, wenn wir eine 1 bekommen, brauchen wir einen Hilfswechsel an der Taktgrenze, oder halt an der Intervallgrenze, sorry, ähm, von 0 auf 1. Und jedes Mal, wenn wir eine 0 haben, was danach der Fall sein wird, also hier, brauchen wir einen Intervall, äh, an der Intervallgrenze einen Wechsel von 0 auf minus 1, damit wir hier diesen Wechsel von minus 1 auf 0 in der Intervallmitte hinkriegen. Das heißt, wir haben hier wirklich so immer, okay, ich habe eine 1, das heißt, die erste Hälfte meines Taktes ist 1, die zweite Hälfte ist 0. Ich habe eine, äh, ich habe eine 0, also ist die erste Hälfte meines Taktes minus 1, die zweite Hälfte ist 0. Ihr seht, die Bordrate hier ist katastrophal. Die ist immer, immer, immer auf doppelt so hoch, wie wir eigentlich Daten fließen lassen. Also doppelt so hoch wie die Bitrate. Was echt nicht cool ist, ähm, deswegen hat man recht schnell gesagt, der Return to 0 ist eigentlich nicht so geil. Ähm, ich würde euch jetzt gerade mal als Übung vorschlagen, ihr beendet diesen Code hier einfach mal für euch selber. Bedenkt einfach, wenn ich eine 0 habe, dann muss ich in der ersten Hälfte minus 1 haben, in der zweiten 0. Und wenn ich eine 1 habe, in der ersten Hälfte plus 1 und in der zweiten Hälfte wieder 0. Einfach mal selber sozusagen als Übung beenden. Okay, ähm, wenn ihr mich pausiert habt und jetzt auf weiter gedrückt habt, dann ist gut. Wir machen jetzt nämlich direkt weiter und zwar nicht mit dem zweiten Return to 0. Ich pausiere euch einfach mal. So, beim Army Code ist es jetzt wieder mal ähnlich. Ähm, wir haben das Problem, dass wir nicht so eine geile Taktrückgewinnung haben. Denn wenn ich eine 0 habe, ist einfach mein konstanter Wert, den ich hier benutze, 0. Ähm, das heißt, wir haben in der ersten, im ersten Takt sozusagen 0, weil hier haben wir ja eine 0. Bei einer 1 mache ich folgendes. Ich nehme abwechselnd plus 1, dann minus 1. Das heißt, ich habe hier als erstes plus 1. Und dann minus 1, denn ich habe hier ja noch eine 1 hinten dran. So. Okay, das war jetzt nicht gerade hübsch, ähm, aber macht nichts. Okay. So, und dann habe ich drei Nullen hintereinander, sprich, ich habe danach wieder 1, 2, 3 Intervalle lang ein Nullsignal und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Sprich, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1. Also, ja, ähm, eigentlich sehr suboptimal genutzt, aber hat sich tatsächlich durchgesetzt bei ISDN, wie gesagt. Ähm, und ja, Taktrückgewinnung ist natürlich nur möglich, wenn ich einzeln sende, aber das hat man bei ISDN wirklich so gemacht. Man hat die ganze Zeit die Leitung auf 1 gehalten, also man hat die ganze Zeit einzeln geschickt, außer wenn man angefangen hat zu senden. Und dann ist natürlich die Taktrückgewinnung die ganze Zeit gegeben, außer jemand anders sendet. Und dann darf ich eh nicht senden, denn ansonsten gibt es Kollisionen. Werden wir aber noch alles behandeln. ISDN werden wir nicht behandeln, weil ich finde, ISDN ist sehr stark veraltet. Solltet ihr dennoch den Wunsch haben, ISDN irgendwann mal zu erfahren, dann kann ich das vielleicht noch nachreichen. Aber wie gesagt, ich finde, heutzutage macht man ISDN eigentlich nicht mehr. Ähm, deswegen ist das auch nicht wirklich relevant. So, nächstes Mal gibt es die wunderbaren Blockcodes, die dann tatsächlich jetzt eingesetzt werden von Gigabit Ethernet oder Fast Ethernet, Ethernet, also 100 Mbit, beziehungsweise einem Gigabit im Kabel. Ja, sehr coole Sache, ähm, werden wir uns dann angucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.